Und dann fragte sie mich, ob ich mich auf die heilige Handlung ordentlich vorbereite. Ach Gott, sagte sie, ich weiß nicht, mein Entchen flößt mir beinahe Angst ein. So durchgeistigt kommt sie mir vor und so angegriffen von dem Gedanken an ihre erste Kommunion. Und denkt euch nur, wie das Kind spricht. Am letzten Freitag wollte ich ihr ein bisschen Fleischsuppe geben, weil sie doch so schwächlich ist. Aber sie hat es um keinen Preis nicht genommen. Ich sagte, es ist doch eine Kleinigkeit. Nein, sagte sie, liebe Mutter, kann das eine Kleinigkeit sein, was Gott beleidigt? Und ihre Augen glänzten ganz dabei. Mir ist ganz anders geworden. Tante Fanny war erstaunt und nickte mit dem Kopf auf und ab. Und der Onkel Beppi machte große Augen auf mich und hatte Wasser darin. Er sagte zu mir, hörst du das? Ich sagte, dass ich es schon gelesen habe, weil es eine heilige Geschichte ist, die wohl in unserem Vorbereitungsbuche steht. . Vielen Dank.